Wir begrüßen die Mönchung des Gäts, die Hans-Herr Rostock-Sachzeit mitgereist mit Heuern und Fenz und dem Präsidium. Herzlich Willkommen hier im Stadion am Möllen-Valorheis. In Passau herzlichen Wunderschiedsrichtlinien und unseren Begleitlinien, die Wunderschiedsrichtlinien, der Bundesliga-Rostock-Sachzeit mit Heuern und Fenz und dem Präsidium. Und ganz besonders begrüßen wir uns im Wunderschiedsrichtlinien. Achtung, die die Wunderschiedsrichtlinien, die Wunderschiedsrichtlinien, mit der Bundesliga-Rostock-Sachzeit mit Heuern und der veganischen Wälder. Das ist Verboten, Bescheid, Ausvermiss und Leid und kostet euch eine Unnötige schlafen. Bitte löscht das sofort, danke schön. So, wir gehen jetzt mal gut, wenn ihr den Innenraum sich rausfällt, da ist ganz gut, dann werdet ihr eigentlich für euch. Liebe Fans, Fußball ist die Leidenschaft, die uns verfolgt, unser gemeinsamer Sport. Daher haben wir alle Spieler, Trainer, Fans, Gruppen, aber auch Sport-Sommerliegen eine Fahrradfunktion. Millionen sehen an jedem Wochenende die Leistung der Teams und sind fasziniert von der Stimmung im Stadion. Dazu dauern Leidenschaften, Emotionen und Stehgrenzen. Als Kapitän vom SV1990 spreche ich für meine Mannschaft und unsere Gruppe, helft mit, diese Werte, die den Fußball so einzigartig machen, zu erhalten. Es gibt aber auch Dinge, die in unserem Stadion nichts zu tun haben. Wir stellen uns klar gegen Rassismus, gegen Diskriminierung, gegen Gewalt und auch gegen Röller, Raufbomben oder Bengalos. Unterstützt den Fußball mit fernen Legalen, die betrachten wir uns. Jetzt sehen wir uns, wir haben. Macht auch mein Hinweis an die Fans von Hansa Rostock mit ohne Last, das Werfen von Bengalos auf die Röller. Wir bitten euch an eine Support-Spräche. So, eine Durchsage von Sicherheitssprecher der Polizei, auch an die Fans von Hansa Rostock. Sie werden videografiert und durch ihr verhalten, finden Sie die Einsatzkräfte zum Einschreiten. Also, kappellieren Sie, lassen Sie das Werfen von Bengalos auf die! So, Jürgen, das ist ein sportlicher Teil, lieber es war 1889.